Ja, Mom und Leute, herzlich willkommen zu Dredge. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich habe Dredge im Stream gespielt und ich dachte mir, das ist doch bestimmt auch was für YouTube. Deswegen habe ich mal ein paar Videos jetzt zusammengeschnibbelt und hoffe, dass ihr genauso viel Spaß habt wie wir im Stream. Ich würde sagen, ich lege einfach mal direkt los, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Projekt. Und wenn es euch gefällt, ihr wisst ja, was zu tun ist, lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da. Let's go! Nächster Versuch, Dredge, Leute. Nachdem wir jetzt eben schon mit Wall World das erste Game gesehen haben, was wir noch gar nicht kennen, spielen wir jetzt nochmal Dredge. Das habe ich bei den Pixels schon gesehen, als Max das gezockt hatte. Sah ganz lustig aus und angeln geht immer. Ja, dementsprechend würde ich sagen, machen wir ein neues Spiel. Schauen mal eben, was passiert und dann überspringen wir das natürlich nicht, weil wir ja wissen wollen, was passiert, Leute. Stellenausschreibung. Angler gesucht. Da sehe ich mich. So sehe ich aus. So sehe ich wirklich aus, wenn ich eine Mütze aufsetze. Dann kommen hinten so Haare raus. Glaubt ihr jetzt vielleicht nicht, aber... So ist es. Jani! Dankeschön für 40 Monate. Na, du Landratte? Wie geht's dir? Willkommen im Stream. Direkt erst mal ins Intro reingecrasht hier, the bangle. Alles gut bei dir? Aber ist ja auch keine Soundausgabe. Gutes Game. Hast du auch schon gespielt oder wie? Als ob. Was ist los? In letzter Zeit machst du immer mehr Ausflüge abseits von DVD. Das Morgenlicht blendet dich und du versuchst dich aufzurichten. Du liegst auf dem kalten, nassen Dock, wo du in der Nacht zuvor zusammengebrochen bist. Oh. Ah. Kenn ich. Hey, Delibu. Moin, moin. Wochenende wäre schön, aber musst du arbeiten. Ein kleiner Mann bellt einer Handvoll Arbeiter, die in der Nähe gerade von Bord eines Bootes gehen, Befehle zu. Der Mann bemerkt dich. Der Bürgermeister. Willkommen, Großmark. Ich muss schon sagen, dein erster Aufgriff war ganz schön dramatisch. Du hast also bereits Bekanntschaft mit der zerklüfteten Felsen entlang der Bucht gemacht. Hast du den Leuchtturm nicht gesehen? Er hat dich direkt angestrahlt. Aber egal, ich freue mich, dass unser neuer Fischer noch am Leben ist. Oh, so schnell hat man seinen Fischerjob, Leute. Dein Boot war total demoliert, aber ich habe deine Sachen auf eins unserer alten Boote schaffen lassen. Wir sehen uns später. Dann können wir die Einzelheiten besprechen. Ich werde dich zum Fischen rausschicken. Mal sehen, ob du den Frachtraum voll bekommst und dich orientieren kannst. Okay. Und zuletzt will ich dich noch daran erinnern. Bei Sonnenuntergang zurückzukehren, bevor der Nebel aufzieht. Vergiss die Zeit nicht, sonst wird es unangenehm. Ich glaube, ich schalte mal hier im Stream für euch die Dingens aus. Dann seht ihr nämlich auch oben die Tage und so weiter. Hätte ich eben auch schon bei Wall World eigentlich machen können. Aber seid doch froh, dass ich es überhaupt mache. Okay, sonst wird es unangenehm. Unangenehmer als das, was wir jetzt wieder fahren ist, wird sich zeigen. So, wir können ablegen und mit Y... Jetzt muss ich erstmal wieder schauen. Äh, ist immer... Ihr kennt es, mit Y kann ich auch auf mein Boot gucken. Wir haben eine einfache Angelroute, die einsatzfähig ist. Fanggeschwindigkeit plus 35%. Fischarten Küstennähe. Und wir haben einen Außenborder. Seltsamer Motor. Okay. 14 Knoten. Ist das schnell? Keine Ahnung. Und dann haben wir jetzt eine Mission scheinbar. Ein Neuanfang. Fange Fische für den Tag. Ich habe den Bürgermeister von Großmark kennengelernt. Er hat mich rausgeschickt, um ein paar Fische zu fangen und mich umzusehen. Schön hier. Er hat mich allerdings gewarnt, dass ich vor Einbruch der Dunkelheit wieder zurück sein muss. Irgendwas wegen des Nebels. Klang ein bisschen dramatisch. Der Bürgermeister hat mich gebeten, so viele Fische wie möglich zu fangen und dann nach Großmark zurückzukehren. Na dann. Legen wir mal los. Äh, ablegen. Ja. Let's go. Was soll schon passieren? Fahre vorwärts mit L. Drücke L, um rückwärts zu fahren. Wende mit dem und dem. Okay. Ah ja, hier bin ich rückwärts zu fahren. Okay, alles klar. Alles klar. Alles klar. Dreh die Kamera. Passe die Höhe an. In der Einstellung findest du weitere Optionen. Woo. Okay, ich muss jetzt einfach nur den Balken voll machen. Fahre zu einem Fackplatz. Beobachte die Wasseroberfläche. Entdeckst du bewegtes Wasser? Drücke Arm zu Fischen. Okay, Leute, nach vorne. Ich sehe es doch genau. Ihr könnt euch nicht verstecken vor mir. Hoffe ich. So, hier. Ah. Okay, warte. Bestand hoch. Küstennähe. Fischen starten. Mit X. Drücke X zur richtigen Zeit, um die Schnur schneller. Alles klar. Scalejacks können wir ja, Leute. Blaue Makrele. Artdaten der Enzyklopädie hinzugefügt. Platzieren. Achso, ah. Jetzt muss ich die hier so... Ah, jetzt ja. Okay. Blaue Makrele, 23 cm. Zustand frisch. Okay. So ein... Eine Makrele habe ich gefangen. Ein weißer Fisch, Leute. Praktisch wertlos, aber genug, um den Hunger zu stillen. Gut, dann fischen wir weiter. Bam. Bam. Ah, alles klar. Wieder eine blaue Makrele. Okay. Ja, gut. Ist mein erster Tag, Leute. Blaue Makrelen sind bekannt dafür, am ersten Tag zu erscheinen. Bestand niedrig. Warte mal, jetzt habe ich hier... Ich konnte jetzt hier was Neues wieder sehen. Ah, die Enzyklopädie. Blaue Makrele. Hm? Das sind die Locations, oder wie? Drei gefangen. Praktisch wertlos. Genau, das haben wir eben schon gelesen. Am Tag. Angel. Schleppnetz. Mit dem Korb nicht. Anomalien gibt es auch noch. Okay, ist glaube ich aktuell jetzt noch nicht so spannend. Die Sache ist, jetzt stand da schon... Ups, das wollte ich gar nicht. Jetzt stand da eben schon Bestand niedrig. Kann ich überfischen quasi? Also, ist das ein Problem? Oder nicht? Werden die immer kleiner? Naja. 16. Nee. Erschöpft. Okay, dieser Fangplatz ist erschöpft. Aber hoffentlich... Ah, der ist jetzt für immer weg. Okay, kommen die morgen wieder. Den wert dann. Aber sind ja nur Makrele. Die sind ja praktisch wertlos, Leute. Von daher, also... Wenn man mal ganz ehrlich ist. Aufgewühltes Wasser. Bestandmittel. Flachwasser. Du hast für diesen... Ach, okay. Ey, entschuldige. Flachwasser kann ich noch nicht beangeln. So, hier kann ich aber... Bestandmittel. Kabeljau. Gehen wir mal jetzt weiter, Leute. Ich weiß noch nicht genau, ob das gut ist oder nicht. Wir werden es einfach herausfinden. Denken wir nicht, dass wir das Spiel dann direkt zerstören, wenn wir das jetzt hier erschöpfen. Äh, 13 Uhr. Okay, wenn es so in den roten Bereich geht, soll ich wahrscheinlich langsam, aber sieh, die Zeufel läuft nur weiter, wenn du in der Bewegung bist. Fischst oder bestimmte Aktionen ausführst. Okay, das da vorne wird wahrscheinlich wieder flaches Wasser sein. Deswegen gehen wir hier hin. So, aufgewühltes Wasser hier ist auch noch der Bestand hoch, Leute. Sehr gut. Und wir bekommen wieder eine Makrele. Okay. Aber man kann quasi an dem... An der Schattierung schon sehen, was es sein wird. Das ist natürlich das Problem. Was man hier alles so reinpuzzeln muss. Okay, wir können noch zweimal krälen und ein... Kabeljau. Oh, oh. Viel. Äh. Äh, 27 Zentimeter. Weil er so lang ist oder wie? Okay. Von dem brauche ich keine mehr. Ich brauche eine Makrele. Das sieht mir aber eher nach Hain aus. Hier habe ich wahrscheinlich gar keinen Platz mehr, oder? Ach, geht eh nicht. Was ist das da? Ah, ich muss nach Hause. Okay. Oh Gott. Der Bürgermeister hat mich noch gewarnt. Bürgermeister, es tut mir leid. Ah! Da war Alkohol im Spiel scheinbar. So wie ich fahre. Schau mal, ist das jetzt wieder... Ist doch der von heute Morgen, oder? Nein, gut. Nee, ich muss nach Hause. Ich muss nach Hause. Was? Wähle Scheinwerfer. Achso, warte. Schaltest du sie an aus? Äh. Hä? Ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Hab doch X gedrückt. Komisch. Ach. Hier X drücken. Alles klar. So, ich lege aber an. Hä? Was man hat, hat man. So, okay. Xardas, moi moin. Ey, danke für den Raid. Wie geht's dir? Ewig nicht gesehen. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hatte letztens irgendwann nochmal mit Nils, äh, also mit Good Gaming, hatten wir nochmal so, ne, in Erinnerung geschwölben, geschwelbt, keine Ahnung. Ich hoffe, es geht dir gut. Moin moin. Vielen Dank für den Raid. Dir geht's sehr gut. Das freut mich, ey. Moin moin. Crazy, ey. Da kommt einfach der Raid rein. Ey, vielen, vielen Dank. Was habt ihr Schönes gespielt. So, Leute. Wir gehen in Großmark an Land. Der Bürgermeister wartet in der Nähe. Ah, ich sehe. Du bist wohlbehalten zurückgekehrt. Sehr gut. Bevor du in die Stadt gehst, sollten wir noch über dein Boot sprechen. Wie ich schon sagte, war dein altes Boot zu stark beschädigt, um es noch zu reparieren. Ich würde dir aber sehr gern dieses Ersatzboot veräußern. Es könnte bald dir gehören. Ach, du Scheiße. Jedi Survivor. Oh, nice. Ich habe gehört, das läuft irgendwie, äh, ja, mehr oder weniger gut auf dem einen oder anderen System. Aber Hauptsache hat es Spaß. Ich nehme an, dass es dir im Moment am nötigen Kleingeld fehlt, also gebe ich dir ein Darlehen. Doch ich will es dir leicht machen. Bis deine Schulden getilgt sind, wird ein winziger Teil deiner Fischfang-Einnahmen der Schuldenbegleichung dienen. Und ein kleiner Teil der Zinsen wird in Stadtverschönerungsmaßnahmen investiert. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich hier abgerippt werde, Leute? Also, um es noch einmal kurz zusammenzufassen. Du verkaufst Fisch auf dem Markt, um deine Schulden abzustottern und die Bevölkerung somit Nahrung zu versorgen. Kapiert? Äh, okay. Ja. Der Fisch verkauft, hilft der Stadt und begleicht meine Schulden. Verstanden. Guter Deal. Na gut, immerhin lebe ich noch. Ist vielleicht auch nochmal, äh, Scam! Ist vielleicht immerhin auch positiv anzumerken. Ich lebe, Leute. Ich lebe. Also los jetzt und verkauf deinen Fisch, solange er noch frisch ist. Ja, Ma'am. Sir, meine ich. Äh, Rückzahlung Schiffsdahl in 50 Dollar. Achso, das geht ja sogar. Okay. Wollen wir mal schauen. Du betrittst eine schäbige Hütte am Rand des Marktplatzes. Der allgegenwärtige Ruch von Fisch erfüllt die Luft. Fliegen umschwirren einen melancholisch wirkenden Mann, der hinter dem Tresen steht. Du bist also der neue Fischer. Was überrascht mich, dass man so schnell einen Satz gefunden hat. Äh, was ist mit dem anderen passiert? Äh, naja, hier draußen braucht es einen bestimmten Menschenschlag. Das Leben hier ist nichts für jeden. Kommen wir zum Geschäft. Ich bezahle dich für Fisch. Je größer und frischer, desto mehr Geld gibt es. Auch sind manche Arten wertvoller als andere. Andere Städte auf anderen Inseln bezahlen dir vielleicht mehr. Aber, da du hier noch Schulden hast, schlage ich vor, dass du die Insel erst einmal, äh, dass du die erstmal abbezahlst. Also lass mal sehen, was du, äh, da hast. So, ja okay, jetzt ist natürlich die Sache. Will er, will er mir hier für die Trophäe, gibt er mir jetzt auch nicht so viel. Okay, schade. Äh, allen, ach alle, ich kann auch alle Fische verkaufen, wenn ich x gedrückt halte. Ja, im Prinzip will ich ja sowieso alle los werden. Ich hab keine Ahnung. Die hier bringen ein bisschen mehr. Obwohl, wenn man es so sieht, 17. Ja, also wenn man pro Feld rechnet, nimmt sich wahrscheinlich gar nicht so viel. Okay, ich lass mal x gedrückt, dann prügeln wir alle Fische weg. Und, äh, ach guck mal, hier kann ich noch eine andere Angel hinpacken, oder wie? Warte mal, hä? Ach, die kann ich jetzt ausbauen. Also, lass mal sehen, was du hast. So, ist er jetzt froh? Ja, ich hoffe. Ähm. Was ist, wenn ich jetzt auf Ausbauen mache? Ach so. Ah, okay. Einbauen zwei Stunden. Weiß so. Ja, war jetzt nicht so clever, sehe ich einen. Das ist mein erster Tag. Ich dachte, Ausbauen bedeutet, dass ich die upgrade. Sorry. Es ist schon so spät. Äh, ich hab jetzt aber ganz schön viel Geld. Das heißt, theoretisch, der Bürgermeister steht vor dem Geschäft des Fischhändlers. Hervorragende Arbeit. Ich kann keinen Zweifel daran, dass du diese Stadt von Nutzen sein wirst. Sieh mal. Das hier habe ich unten bei den Docks gefunden. Ich bin sicher, jemand wie du weiß, was man damit anfängt. Warum nimmst du es nicht? Okay, was ist das? Forschungsteil. Ein seltsam aussehendes Ding. Könnte zur Entwicklung neuer Ausrüstung dienen. Müsste aber zuerst am Dock untersucht werden. Okay, dann nehmen wir das doch. Äh. Glaub ich, egal wohin, ne? Oh, noch eine Sache. Unsere Schiffsbauerin erwähnte, dass sie an deinem Boot einige vorteilhafte Umbauten vornehmen könnte. Schau doch mal bei ihr vorbei. Ich würde gerne meinen, ähm, Schiffsdarlehen. Ne, warte mal. Rückzahlung Schiffsdarlehen. Achso, er hat jetzt, ah, er hat Produzentual schon was jetzt genommen. Okay. Und ich habe immer noch 28 Schulden. Damn it. Hm, Schiffsbauerin. Moinsinn. Als du die Werft betrittst, siehst du die Schiffsbauerin, die gerade einen kaputten Rumpf repariert. Sie sieht kurz zu dir hoch und wendet sich dann wieder ihrer Arbeit zu. Du musst der neue Fischer sein. Ich kann an deinem Boot in der Werft einige Umbauten vornehmen. Das hat mir der Bürgermeister schon erzählt. Allerdings mache ich das nicht aus Nächstenliebe. Bezahlt wird im Voraus und jede dieser Arbeiten benötigt Zeit. Und sollte es Schäden am Boot geben, wegen der Felsen oder warum auch immer, ich kann das wieder flicken. Meistens. Sie zuckt mit den Schultern und weist auf den Rumpf, den sie gerade repariert. Etliche der Planken sind zersplittert und zerkratzt, obwohl sie weit über der Wasserlinie liegen. Sieh dich ruhig um, aber denk dran. Je größer das Ausrüstungsteil, desto länger dauert der Einbau. Also plane sorgfältig. Hey. Ich weiß, hätte ich hier eine geilere Angel, oder wie? Für Flachwasser. Das ist auch für Flachwasser. 150 kann ich mir nicht leisten. Ich würde aber eher auf die sparen, weil die Fanggeschwindigkeit ist halt 30% erhöht. Jaja, ich spare auf die. Interessant. Man muss also auch diese Sachen... Okay. Dann gibt es noch einen Außenborder mit 100. Geschwindigkeit plus 10 Knoten. Ein Schleppnetz gibt es noch nicht. Und eine Lampe. Gesprungene Glühbirne. 750 Luben. Ich spare aber, denke ich mal, auf die Angel, damit ich das Flachwasser auch angeln kann. Ja. Reparatur brauche ich auch nicht. Dann bin ich hier bei ihr fertig. Dann gehe ich lieber nochmal morgen ganz normal mit meinen Gegenständen rein, würde ich sagen. Okay. Noch irgendwas? Ich soll nochmal beim Schiff hier gucken. Die Kajüte. Enzyklopädie. Ach so, der Kabeljau. Den habe ich jetzt ja auch. Stimmt. Man kann aber hier jetzt nicht... Ne, Anomalie kann man sogar noch gar nicht sehen. Okay. Ah. Schauen wir mal, was es noch so gibt später. Gut. Ich glaube, das war mein erster Tag. Muss ich noch was mit dem Bürgermeister machen? Was kann ich für dich tun? Ah. Ich könnte auch einen Teil meiner Schulden bezahlen. Dann muss ich nicht mehr so viel... Ah. Ja. Warte mal. Natürlich. Wie viel willst du zurückzahlen? Alles. Kann ich mehr leisten. Ach, und zwar. Ja. Fantastisch. Also, was kann ich noch für dich tun? Was ist mit dem letzten Fischer passiert? Will ich es wissen, Leute? Weiß es nicht. Wie gefällt dir das gern ein bisschen? Ich habe gerade vor... 10, 15 Minuten... Ich habe gerade einen Tag erst gespielt. Also, kann eigentlich noch nicht wirklich was dazu sagen. War erst einmal rausgefahren. Aber ich habe bisher Gutes nur gehört. Das muss ich ja gestehen. Ich werde mal fragen, Leute. War das mit dem letzten Fischer passiert? Hä? Der letzte Fischer? Oh, er war sehr unzuverlässig. Er fuhr nachts raus, kam ohne einen einzigen Fisch zurück und verschlief dann den ganzen Tag. Klingt nach mir. Außerdem war er ein schlechter Bootsführer. Wirklich schlecht. Ständig lief sein Boot aufgrund, selbst am helllichen Tag. Der Schiffsbauerin ging beinahe die Planken aus. So viele Reparaturen fielen an. Er klingt wie Marie und ich in Sea of Thieves. Nein, der taugte nix. Und eines Abends verschwand er dann und tauchte nie wieder auf. Adieu. Wir werden ihn hier nicht vermissen. Also, was kann ich noch für dich tun? Äh, ich möchte etwas über die Gegend erfahren. Möchte ich das wirklich? Warum nicht? Ah, sieh, schau, sieh, schau. Gibt es einen Ort, der dich besonders interessiert? Äh, natürlich Windstrang. Hm. Hm. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu erzählen. Ist einfach nur ein Dickicht aus Bäumen. Ist oft in dichten Nebel gehüllt, sogar tagsüber. Man braucht jedenfalls starke Scheinwerfer und einen guten Orientierungssinn, wenn man sich dort umsehen will. Gibt es noch eine Gegend, über die du müsst... Ja, okay, komm, dann. Sturmklippen. Also, der wichtigste Hafen dort heißt Unfell. Das ist verdächtig nah ein Unfall. Ich weiß nicht, ob ich da hin möchte. Du findest ihn, wenn du direkt auf die Klippen zufährst. Man kann ihn nicht verfehlen. Ist eine Walfängerstadt. Aber ich weiß kaum etwas darüber. Es sind wohl ziemlich viele Leute von dort weggegangen. Gibt es noch eine Gegend, über die du mehr wissen möchtest? Das Sternenbecken. Hm. Ein außerordentlich beliebtes Touristenziel. Auf dem Atoll gibt es ein Ferienresort. Erbaut auf der Spitze eines wunderschönen Korallenriffs. Sicher leben dort viele verschiedene Fischarten. Vielleicht willst du dein Glück ja mal versuchen. Gibt es noch eine Gegend? Ja, komm, dann. Teufelsgrad. Oh ja, ein ziemlich interessantes da. Was? Also, oh ja, es ist ziemlich interessanter. Ein aktiver Vulkan inmitten uralter Ruin. Ich würde dir von einem Besuch allerdings abraten. Die Ruinen liegen knapp unter der Wasseroberfläche und können dir leicht den Rumpf aufreißen. Nicht zu vergessen, der Vulkan könnte jederzeit erneut ausbrechen. Manchmal hört man sein Grollen bis hierher. Gibt es noch eine Gegend? Nö. Also, was kann ich noch für dich tun? Äh, gute Nacht. So, ich darf doch jetzt aber... Jetzt muss ich doch eh schlafen, oder? In der Nacht ist doch der Nebel und das ist nicht gut. Forschung. Ah. Oh, okay, warte mal. Forschung. Ah, ich habe ein Forschungsteil. Ah, das war das Ding, was der Typ mir gegeben hat. Flexible Angel. Uh, Leute, die flexible Angelroute. Da brauche ich aber zwei für. Fischart ozeanisch. Ah, ja, Küstennähe, Flachwasser. Scheiße, ich hatte ja eben überlegt, ob ich mir die andere angemeldet habe. Aber die hat sogar 45%. Aber wer weiß, wann ich das nächste bekomme. Was gibt es denn bei Motoren? Der besserte Außenborder. Hörbe habe ich auch noch nicht freigeschaltet. Also, die Motoren hatten nur plus 10 Geschwindigkeit. Das hier ist halt ozeanisch, könnte ich gar nicht machen. Und wenn ich die Angel habe und den, dann bin ich für alles gewappnet. Ich hole mir, glaube ich, aber trotzdem erstmal, hole ich mir erstmal den Motor. Der braucht halt zwei. Also, es wird sich halt noch nicht lohnen, wenn ich mir den hole. Ach, guck mal, es gibt nachher auf jeden Fall noch andere Schiffe. Weil den hier könnte ich ja sonst gar nicht nehmen. Mangroven vulkanisch, okay. Kann man schon sehen, was für Fischarten. Ich war ja noch nicht mal im Ozean. Ich gönne mir jetzt das hier. So, Forschung abgeschlossen. Propellantrieb, eine vernünftige Anschaffung für Menschen mit kleinem Budget. Kann ich den denn jetzt... Den muss ich jetzt trotzdem noch kaufen, oder wie läuft das? Luxus-Außenborder. Geschwindigkeit 25 Knoten. Erlesene Qualität und höchste Handwerkskunst. Ein verlässlicher Motor für den erfahrenen Seemann. Und danach käme dann schon der hier. Zwillingspropeller. Strahlenantrieb. Boah, der kostet fünf. Okay. Der Bürgermeister geht schnell auf dich zu. Er scheint gut aufgelegt zu sein. Sein Schiff ist federnd. Schritt. Sein Schritt. Nicht sein Schiff. Es gibt gute Neuigkeiten. Auch dank deiner Bemühungen wächst Großmark weiter. Sicher werden bald unzählige Besucher in unsere Stadt kommen. Tatsächlich habe ich zugestimmt, dass die Schiffsbauerin ihre Werkstatt erweitern darf. Das alte Trockendock ist wieder funktionsfähig. Ich habe auch ein wenig Geld investiert, um die Dienste des Fischhänders zu verbessern. Er wird sicher bald auf dich zukommen. Arbeite auch weiterhin so gut. Wir sind froh, dass du hier bist. Das ist mein erster Tag und ich werde schon gelobt, Leute. Geil. Das ist mehr, als ich je von euch gehört habe. Eieiei. So viel Lob, Leute. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Dann würde ich sagen, machen wir hier den ersten Cut. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen bis hierhin. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar. Da seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.